So, raus hier. Jetzt wollte ich noch ganz kurz gucken, weg damit, was für ein Laden hier ist und was für Waffen wir da bekommen. Und wenn das denn nichts wird, dann teleportieren wir uns zurück und töten endlich mal ganz viele Elfen. Ich wollte gerade sagen, wir töten immer Hanacon, aber daraus wird wohl irgendwie nichts. So. Hallo Ubuntu. Kaufen, Waffen. 320. 320, das ist irgendwie besser als das hier. Ne, gar nicht. 336. Gar nicht besser, okay. Kaufen. Das ist alles in Magierzeug. Was ist mit der Rüstung? Stufe 14, Rüstung. 800 Gold. Rüstung, 14 kriegen wir hin. So. 800 Gold. Das ist jetzt eher ein Problem. Verkaufen. Verkaufen. Ein Pfeil, will er nicht. Giftige Stachel, komm. Tentakel, weg. Leere Fiolen, weg. 599 rote Essenz, weg. So, blaue Essenz, wir haben auch keine Möglichkeit, Eiszauber zu sprechen. Die alte Rüstung, 200 Münzen. Die isolierende Rüstung behalte ich mal lieber. Nur für den Fall. Und die ganzen komischen Augen, weg damit. Arcane-Sense, wir haben keine Arcane-Magie. So. Kaufen, Rüstung, silberne Rüstung. Und schnell anziehen. Ausrüsten. Tada. Jetzt sehen wir doch hellenmäßig aus. Also, abspeichern. So. Hammer raus, um möglichst viele Elfengletze zu töten. Und wir springen rein. Also, unsere Vorbereitung besteht darin, dass wir mehr als 200 Pfeile haben. Dass wir genug grüne Essenzen haben, um uns richtig häufig zu heilen. Und wir haben eine neue Rüstung. Das ist meine Vorbereitung. Und ich denke mal, das reicht hoffentlich. Und hops. Willkommen, Junge. Bist du bereit? Jupp, ich bin bereit. Wenn ich nur wüsste, was ich genau tun soll. Dieses Portal bringt mich an den Ort, in dem die Elfen ihr Portal vorbereiten. Meine Spione haben herausgefunden, dass wir zu spät sind. Oder ihr eine dringende Nachricht zu Fuß geliefert wird. Mein Lord, ein großes Portal hat sich am Westeingang geöffnet. Die Elfen greifen an. Die Skalärte wehren die Angriffe ab. Aber sie werden nicht lange durchhalten. Wie ist das nur möglich? Die Prophezeiung besagt, dass es fünf Tage dauern würde. Es tut mir leid. Die Prophezeiung des Orakels war wohl falsch. Ich hoffe mal, das war ja nicht Joghurt. Hoffe, wie er sich da verlassen hat. Wir dürfen dich länger zögern. Schnell. Alarmiert alle meine Lakaien, sich bereit zu halten. Ich werde sie rufen, wenn die Zeit gekommen ist. So sei es, mein Lord. Und wie du siehst, diese Deppen haben ihren Angriff früher begonnen. Du musst dir das Portal gehen und es von der anderen Seite zerstören. Aber wie zerstöre ich es? Ich weiß nicht. Du musst es selbst herausfinden. Aber eil dich. Ich halte sie möglichst lange auf. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Wenn ich scheitere, wirst du niemals in deine Welt zurückkehren. Zerstöre es also möglichst schnell. Go, go, go. Von nun an steuerst du auch Hanakon, dessen Aufgabe es ist, den Wellen der angreifenden Elfen zu widerstehen. Ha, okay. Hanakon hat eine Liste von Zaubern, mit denen er Kreaturen der Burg herbeirufen kann. Seine Lakaien senden ihn auf magische Weise Essenz. So erhöht sich Hanakons magische Essenz automatisch, ohne dass er Essenz einsammeln muss. Die Aktionen finden für beide Charaktere zur gleichen Zeit statt, sodass du es öfter zwischen beiden wechseln musst, wenn du den einen oder anderen nicht sterben lassen willst. Ach du gute Güte. Splitscreen? Oh, das wäre geil. Elfen greifen die Burg in Wellen an. Vor jeder neuen Welle erscheint ein Timer in der unteren linken Ecke. Es ist hilfreich, wenn du Hanakon gerade nicht kontrollierst. Das Spiel endet, wenn einer der Charaktere stirbt. Wie jetzt endet? Kein Neuladen. Drücke F9. Gott sei Dank ist meine nicht meine Aufnahmetaste. Drücke F9, um zwischen beiden Charakteren zu wechseln. Ach du... Ich kriege irgendwie keine Essenz. Doch, drei. Oh, das war nicht so toll. Also warte ich jetzt, bis da was kommt. Okay. Achso, F9. F9? Da ist kein Timer. Stell dich mal da oben hin. Ich sehe keinen Timer. Ah, das ist jetzt gar nicht toll. Elfen... Ah, das ist ein Timer. Die sehen irgendwie bekannter aus, die Typen. Soll ich wohl gleich mal wechseln, ne? Ting, ting. So, wechseln. Was zur Hölle? Achso. Mwahaha. Tot. F9. Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht, muss aber weiterlaufen. Okay. Tüten. Was ist das denn für ein blauer, schwebender Kristall? Vielleicht soll ich nicht alle Pfeile verballern, wenn ich die nicht unbedingt gerade brauche. Oh, das Ding ist ein Schockkristall. Das hört sich übel an. Okay. Oh, Level ab. Harni, alles okay? Jo. Ja. Gleich geht's los. Sollte mich ein bisschen beeilen, oder? Ich denke mal, die Wellen werden immer schlimmer. So, wechseln. Wir haben diese Schattenschädel, die sind recht praktisch. Aber die machen Flächenschaden. Genau. So, weiter. Hops. Hops. Die Pfeile ist noch ganz praktisch, ne? Da lang, um uns alle austrotten. Äh, hops. Au. Au. Zing, zing. Zing, zing. Bei dir alles okay? Jo. Trotzdem soll es nochmal hochgehen und neue Skelette beschwören. Und zwar Magier. Hier oben. Ah. Kurz wechseln. Wie komme ich da oben hin? Äh. Okay. Muss ich später gucken. So. Okay, die halten jetzt schon ein bisschen näher aus. So, wechseln. Wart mal. Wir springen darüber. Gehen wir wieder zurück? Hm. Nö. Hops. Ist das vielleicht ein Falschrumseil oder so? Nö. Äh. Oh, schießen? Kann ich den einfach umschießen? Kann ich anvisieren? Nein. Äh. Zurück. Oh, stimmt. Da oben. So. Töten, töten, töten. Schnell töten. Warum kann ich den 11 da oben nicht anvisieren? Genau. Dich. So. Zwölf Sekunden. Das reicht. Ist alles gut. Drücken. Wechseln. Ich hätte gerne noch einen Magier. Und zwar hier. Ich hätte gerne noch einen für diesen Rutschen in den Schädeln. Und ich glaube, wir haben bald langsam ein Problem. Genau. Die ersten kommen nicht durch. So. Nicht gut. Äh. Drei. 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 So. Neun. Äh. Rüberspringen. Festhalten. Rutschen. Da. Und weiter. Aber das ist ein sehr cooles Spielprinzip. Also jetzt am Ende noch sowas reinzuwerfen. Normalerweise kommt ja nicht wirklich was Innovatives Neues. So weit hinten im Spiel. Kaputt. Kaputt. Was mit den Feiern könnte ich noch ein Problem werden. ne? Ah, ah, ah. Nein. Nein. Lauf, 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 lauf. Das war jetzt ganz doof. 13, 12. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Äh. Darum. Da hoch. Kurz warten. So, du machst mehr davon gewonnen. Oh, eher schnell. Okay, du gehst jetzt da rüber. Das war knapp. So. Piu. Du drehst dich einfach nicht um und lässt dich von hinten ermäucheln. Okay. Den da hinten können wir auch im Nachhinein töten. Okay, 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 okay. Oh, hat mich aus der Luft geholt. Garstige Elf. So. Ja. Hallo. Hast du ein magischer Elf? Alle Elfen sind magisch. Oh. Da oben ist ein Heiler-Elf. Der Grün ist garantiert ein Heiler. So. Drei. Da riskiere ich nichts. Die sterben einfach. So, neun Sekunden. F9. So. Und wir spammen einfach den hier. Das scheint bisher die beste Taktik zu sein. Ja, alle tot. Sag ich ja, beste Taktik. F9. Nahkampf. Spring. Hey, nicht vergessen. Du kommst mit. Du kommst mit. Hüpf. Äh. Hüpf. Schön, dass du da stehen bleibst und keinen Bogen rausholst. Du stirbst jetzt mal. Du auch. Du auch. Können wir die da hinten auch noch treffen? Den Kristall können wir treffen. Das ist schon mal gut. Dich können wir treffen. So. Grüne ist ja jetzt sehr schön. Njam. Oh. Ah. Oh. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ganz und ganz und ganz und gar nicht gut. Komm, stirb, 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 stirb. Neun. So. Die sind tot. Wir brauchen neue Skelette. Drei. Drei. F9. Du lebst noch. Sehr schön. Fünf. Hier ist alles okay? Okay. Oh. Langsam. Zieht es ein wenig an. So. Dich töten wir gleich. Erstmal drücken wir den Chat hin. Döööö. Das war knapp. Ich will nicht wissen, was wir finden, wenn wir jetzt runterfallen. Wie weit ich denn neu laufen muss. Baummenschen. nicht runterschubsen die werden geheilt von den Heilern ja aber ich mache mehr Schaden als die Heiler wie viel hältst du aus verdammt nochmal ich ignoriere dich einfach doofes Ding das macht das Ignorieren ein bisschen schwer Schalter drücken rüberhüpfen runterlaufen heilen wechseln Spam